Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهُ وَأَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَلِيُّ الصَّالِحِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ أَمَّا بَعْد Alles Lob gebührt Allah azzawajal und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah azzawajal und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein letzter Gesandter ist und Diener ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen und das, was wir hier an Nutzen ziehen, dass es als Beweis für uns ist am Tage der Auferstehung und kein Beweis gegen uns ist. Allahumma amin Wir machen inshallah, wir haben in der letzten Woche Surat al-Quraysh beendet und passend dazu zusammenhängend ist Surat al-Fil, was wir gleich hören werden Fangen wir mit der Lesung an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وَأَرُسَلَ عَلَيْهِمْ تَيْرًا أَبَابِيل تَرُمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلْ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِمْ مَأْكُول الله سبحانه وتعالى sagt sinngemäß im Namen Allahs des All-Abamas des Barmherzigen siehst du nicht wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr ließ er nicht ihre List verloren gehen und sandte gegen sie Vögel in aufeinander folgenden Schwärmen, die sie mit Steinen aus gebranntem Lehm bewafften und sie so wie abgefressene Halme machte Surat al-Fil ist mechanisch und ihre Verse sind fünf in der Anzahl und die Bedeutung seiner Aussage Allahs Azzawajal siehst du nicht wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr bis zum Ende diese fünf Verse sind sozusagen eine Berichten über ein Ereignis ein Ereignis im Jahr des Elefanten was auch A'amul-Fil genannt wird das Jahr des Elefanten und dieses Ereignis das stand oder fand 50 Tage bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geboren wurde statt sie fand 50 Tage bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geboren wurde statt also das wird erwähnt vom Auto von seinem Werk von Scheich Abu Bakr al-Jazairi rahimahullah ta'ala und diese Information die findet man in den großen Tafsir-Werken das ist hier dann einfach zusammengefasst und 50 Tage bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geboren wurde natürlich im Jahr des Elefanten und die Zusammenfassung dieser Geschichte natürlich gibt es sehr viele sehr viele detaillierte Details dazu was über diese Geschichte berichtet wird und aber wir fassen diese Geschichte zusammen und wichtige 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 Person in diesem Zusammenhang was auch sehr oft gehört wird ist Abraha Abraha al-Ashram Abraha al-Ashram war der sozusagen wurde als Gouverneur oder Stadthalter im Jemen über den Jemen eingesetzt von dem Herrscher von Abraha al-Ashram durch den Herrscher von Abraha al-Ashram also al-Habasha er vertrat die Ansicht dass er ein Haus in Sana'a baut weil in Sana'a war die Hauptstadt von Jemen bis heute immer noch die Hauptstadt von Jemen und er wollte ein Haus in dieser Stadt bauen wo die Araber oder wo er die Araber zu dessen Pilgerfahrt zu dieser Pilgerfahrt zu der Pilgerfahrt dieses Gebäudes aufruft weil ihr müsst ja auch wissen dass die Araber damals bis heute noch die Kaaba geehrt haben und das was wir auch natürlich aus Surat Quraysh und das ist jetzt der Zusammenhang aus Surat Quraysh sozusagen wissen und dass die und das Mekka ein wichtiger Knotenpunkt für den Handel war ein wichtiger Knotenpunkt für den Handel war weil die Araber in auf der arabischen Halbinsel dieses dieses Haus sehr geehrt haben sehr geehrt haben und respektiert haben was wollte was wollte Abraham machen er wollte ein Haus in Sana'a bauen wo er dann die Araber zu dessen Pilgerfahrt ruft als Austausch ihrer Pilgerfahrt zum Heiligen Haus also zur Kaaba und die Absicht davon ist was was war eigentlich die Absicht dahinter weil weil wir wissen dass das ein wichtiger Handels ein Knotenpunkt für den Handel war war die Absicht von ihm eigentlich die Ablenkung des Handels und des Erwerbs von Mekka nach Jemen von Mekka nach Jemen also kann man und ein Bruder hat was Schönes dazu gesagt er sagt sozusagen was wollte er machen er wollte sein Business verlagern ja sein Geschäft verlagern also sieht man hier Marketing auf höchster Ebene Marketing Strategie auf höchster Ebene wie man hier erkennen kann und die das war sozusagen hier seine Absicht er dieser Abra hat es natürlich dem König von Abyssinien unterbreitet und er hat es zugestimmt und natürlich dadurch wollte er was auch wenn er sowas erreichen würde was er ihn sozusagen als Angebot unterbreitet hat unter die Nase gerieben hat war das natürlich verlockend und er wollte beim König dann dadurch eine hohe Stellung erreichen dann hat er zugestimmt als er das Haus gebaut hat hat er kein vergleichbares in ihrer Geschichte gebaut also in ihrer Geschichte und das war und ihr müsst wissen dass das sind Christen gewesen sind also sie haben sozusagen eine Kirche gebaut als Pilgerfahrtstätte als er das Haus gebaut hat und die Araber davon mitbekommen haben also vor allem die Qurayshiten sie haben davon mitbekommen waren sie so sehr so sauer auf ihn und aus Liebe und Respekt und Achtung gegenüber der Kaaba und aus Verachtung gegenüber das was er gemacht hat kam einer der Qurayshiten und was hat er gemacht und der hat natürlich etwas jetzt gemacht das erwähnen jetzt die Historiker und die Rechtsgelehrten die sich mit der Geschichte beschäftigen ist jetzt kein Aufruf hier sowas zu machen weil das natürlich nicht in Ordnung ist aber wir erwähnen das hier als ja als sozusagen der Überbringung der Ermahner ja dem anvertrauten Gut dass man dass man das auch erwähnt was da was in diesen Büchern steht und zwar was hat er gemacht aus Wut hat er dann seinen Stuhlgang dort verrichtet in der Kirche und er hat die Wände mit den Exkrementen aus Zorn ihm gegenüber auch beschmiert zusätzlich noch als er dann wegging und Abrahl natürlich dann das in diesem Zustand sah ist er zornig geworden und bereitete eine Armee vor mit 8 Elefanten mit 8 Elefanten Entschuldigung mit 13 Elefanten waren das mit 13 13 Elefanten waren das und der 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 größte von ihnen den haben sie Mahmoud genannt den haben sie Mahmoud genannt und unterwegs dahin vom Jemen zu Kaaba weil er war er wollte jetzt die Kaaba zerstören das war jetzt seine Absicht weil er zornig geworden ist das was dieser Araber gemacht hat und unterwegs stellten sich natürlich die arabischen Stämme versuchten ihm entgegen zu treten und keiner hat es überlebt die wurden sozusagen alle platt gemacht mit dieser Armee die er vorbereitet hat und als er kurz vor der Kaaba stand also an den Grenzen von der Kaaba gab es dann zwischen ihnen also zwischen Abraha und zwischen Abraha und zwischen Abraha Abdu'l-Muttalib 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 war wer Abdu'l-Muttalib bin Hashem war der Großvater des Propheten Mohammed Sallallahu Alayhi Wasallam zwischen ihm und dem Abraha gab es dann sozusagen ein Gespräch diesbezüglich eine Art Vermittlung und Abdu'l-Muttalib hat ihn eigentlich klar und deutlich gemacht dass wir können gegen deine Armee nichts ausrichten wir können gegen deine Armee nichts ausrichten hat ihn dann gefragt dann gab es zwischen ihnen auch in einer Überlieferung dann ein Gespräch darüber und fragte ihn fragte ihn sozusagen was er hier möchte und dann sagte er sagte Abraha dass er die Kaaba zerstören möchte also seine Absicht war nicht die die Korayschiten sozusagen zu bekämpfen sondern lediglich die Kaaba und dann kehrt er um und kehrt wieder nach Hause was hat Abraha da wird von ihm beschrieben dass er beeindruckt war von Abdu'l-Muttalib und seinem Erscheinungsbild und als Abdu'l-Muttalib ihm dann gefragt hat oder ihm dann sozusagen gesagt hat nach ihm gefragt hat nach seinen nach den Kamelen die die Abraha gestohlen hat also seine Leute einige seiner Leute die haben Kamelen von Abdu'l-Muttalib gestohlen dann ist Abraha zornig geworden Abraha ist zornig geworden Abraha sagte du fragst mich wegen Kamelen und ich sage dir ich komme wegen der Kaaba die Religion von dir und die deiner Vorväter da sagte Abdu'l-Muttalib zu ihm er sagte was die Kamelen anbetrifft so bin ich der Herr der Kamelen was aber dieses Haus anbetrifft so gibt es einen Herr was dieses Haus beschützen wird und es gibt auch ein bekannt dass Abdu'l-Muttalib sich an die an die an die Toren an dem Eingang von der Kaaba sich festgeklammert hat und Dua zu Allah gemacht hat dass Allah es beschützen soll Abdu'l-Muttalib hat natürlich die Stadt dann in Mecca evakuiert und schickte dann Kinder, Frauen und die Männer dann in den Bergen und was ist dann passiert dann die bekannte Geschichte die man hier auch dann in dieser Sura lesen kann sandte Allah subhanahu wa ta'ala Vögel in aufeinander folgenden Schwärmen mit Steinen aus gebranntem Lehm aus gebranntem Lehm und die Größe dieser Steine die waren der Größe von Kische Erbsen und Linsen also ganz klein und kein Stein fiel auf einen Mann außer dass sein Fleisch auseinander fiel und geschmolzen ist und während Abraha geflohen ist fing an sein Fleisch auf dem Weg auseinander zu fallen und zu schmelzen und das war eine Unterstützung von Allah an die Bewohner des heiligen Ortes und einen Schutz seines Hauses und bis heute respektieren die Araber die Kaaba und ihre Bewohner das war die Geschichte zu den Leuten des Elefanten das heißt siehst du nicht wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr und der Angesprochene ist wer hier der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siehst du nicht siehst du nicht bedeutet nicht das Sehen mit den Augen das ist hier wichtig siehst du nicht der Prophet ist hier angesprochen sallallahu alaihi wasallam hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Ereignis mit den Augen erlebt nein aber das ist eine 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 typische Sprache bei den Arabern wenn sie sagen siehst du nicht damit ist gemeint ist zu dir nicht die Kenntnis gekommen oder hast du nicht die Kenntnis erlangt wie dein Herr also das Wissen wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr und diese siehst du nicht wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr ist eine Erinnerung für ihn ist eine Erinnerung für ihn für den Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam wie die Hochmütigen vernichtet wie er wie Allah die Hochmütigen vernichtet hat wo ist die Macht von Quraish wie Al-Az bin Al-Wail und Amr bin Hisham und Al-Walid und Al-Mughira und Al-Aqba und der Macht von Abraha und deswegen hat Allah sie in einem Zeitpunkt vernichtet deswegen ist die Botschaft diese Sura an den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam sei geduldig sei geduldig auf den Weg sei geduldig diesbezüglich was sie an Anfeindungen an Anfeindungen und Bezichtigung sie dir gegenüber ausführen und trage wegen den Feinden keine Besorgnis denn sie haben auch einen Zeitpunkt wie Abraha also er als von den Leuten des Elefanten auch einen Zeitpunkt hatten so ist diese Sura ein Ausdruck der Erinnerung für die Ermahnung und der Betrachtung das heißt diese Sura ist auch eine Warnung an die Qurayshiten als sie dieses gehört haben es ist eine Warnung für sie weil Allah subhanahu wa ta'ala erinnert sie wir haben doch damals eine Armee vernichtet die stärker als ihr gewesen seid o ihr Qurayshiten deswegen warum seid ihr jetzt hochmütig o ihr Qurayshiten warum bekämpft ihr den Propheten Muhammad damals haben wir euch beschützt von Abraham und seiner Armee und sie war weitaus stärker als ihr heute deswegen wie könnt ihr hochmütig euch verhalten und den Propheten Muhammad als meinen Gesandten also als den Gesandten Allah jetzt bekämpfen also wo ist dieser Verstand hin Allah sagt ließ er nicht ihre List verloren gehen bedeutet ließen wir nicht was sie an List gegen unser Haus geschmiedet haben also diese Leute von den Elefanten jetzt in Verlust gehen weil sie haben Plan geschmiedet sie haben eine Armee vorbereitet sie haben alles gemacht Vorbereitung Vorkehrungen getroffen trotzdem hat Allah ihren Plan und ihre List verloren gehen hat Allah ihren Plan verloren gehen lassen und für sie blieb was nicht nur dass sie ihr Plan verloren ging nein ihm blieb nur noch der Schaden und die Vernichtung übrig Möge uns bewahren Allah sagt weiterhin und sandte gegen sie Vögel in aufeinander folgenden schwärmen bedeutet Gruppen um Gruppen die gesehen wurden und die aus dem Meer ausgetreten sind die Männer von Mekka haben sie gesehen als sie sich in den Bergen befanden weil wir haben ja gesagt Abdulll-Muttalab hat hier Mekka evakuiert und den Leuten den Bewohnern gesagt die sollen sich in den Bergen zurückziehen und sie haben gesehen wie diese Vögel über ihnen über ihre Köpfe geflogen sind und sie einen Stein aus Sijil hatten dieses Sijil das sind Steine oder ein Stein aus Ton der aus dem Feuer der Hölle gebrannt wurde das heißt da wurde produziert aus der Hölle aus Sijil und sie haben diese Steine getragen jeder Vogel trug drei Steine ein Stein im Mund und zwei in ihrer Kralle womit sie diese Armee beworfen haben er machte sie dann beschreibt Allah wie ihr Ende ist und sie so wie abgefressene Halme machte was heißt das er machte sie wie abgefressene Halme bedeutet wie ein Getreide Feld ihr müsst euch das im Kopf mal vorstellen wie ein Getreide Feld gesehen hat ein frisches Getreide Feld was gerade gewachsen ist jetzt aber das durch Vieh das Vieh also Tiere betreten wurde und deren Blätter noch zusätzlich gefressen hat und seinen Stand den Stand dieser dieser Getreide Felder in Stücke zerrissen hat und so war ihr Zustand und ihr Ende Möge Möge Allah uns bewahren kommen wir nun zu den Nutzen der Verse die sind auch sehr sehr schön und sehr interessant zu den Nutzen der Verse gehört erstmal eine Tröstung für den Gesandten Allah was ihm von der Ungerechtigkeit der Kuffar von Quraysh begegnet ist also wie sie mit ihm umgegangen sind war das für den Prophet Muhammad weil er auch was zum Islam rufen wollte und sie sozusagen für sie das Beste haben wollte aber sie haben ihn was bekämpft sie haben seine Gefährten getötet sie haben ihn sozial wirtschaftlich boykottiert und so weiter und so fort und das sind natürlich alles alles Prüfungen wo man Trost braucht und den hat er bekommen und den Trost haben wir auch in anderen Suhren auch auch kennengelernt wie zum Beispiel in Surat Al-Kawthar wo Allah beschreibt dass Allah ihm den Kawthar gegeben hat den Fluss im Paradies als sie sich lustig gemacht haben als der Sohn des Propheten gestorben ist war das eine Tröstung und hier wieder tröstet ihn Allah an dem tröstet ihn Allah für die was ihm von der Ungerechtigkeit an Ungerechtigkeit seitens der Glaubensverweigerer der Qurayshiten begegnet sind zweitens die Erinnerung für Quraysh auch für die Bewohner von Quraysh was Allah getan hat mit den Leuten des Elefanten und sie waren weitaus stärker als Verängstigung und Einschüchterung dass sie zu Besinnung kommen sollen und zu Allah zurück kehren drittens die Demonstration der Fähigkeit Allah in seiner Verwaltung für seine Schöpfung und seine Gewalt mit seinen Feinden habe ich etwas Gutes gesagt es ist von Allah habe ich etwas Schlechtes gesagt es ist von Sue Allah με H Chuck D A A A A A A As A B confer klick.